Hallo Leute! Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Siegel of Mana 2 der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Mit dabei sind wieder der Kill Bill und... Hallo wo ist oben? Und mit dabei ist die Mary. Hallo, hallo. Wir spielen wieder Version 2.02 Beta, Revision 935 und ich kauf mir jetzt einfach mal ne coole Waffe. Ja, macht's mal. Ich bin jetzt der Schwächste von allen. Fastisch immer. Hey. Ist nix neues. Na, ist doch so. Hey. Welchen soll ich jetzt nehmen? Den stärkeren oder den schwächeren? Ja. Stärkeren, ne? Sehen sie sich sicher? Oh Katze, jetzt hör doch endlich mal auf hier. Wo bist denn du? Hä? Verdammte Scheiße, das geht doch gar nicht. Was machst denn du da für einen Scheiß? Die ist hier unter dem... Oh mein Gott. Die ist gerade unter dem Schreibtisch und fingert von unten nach oben hoch und hebt meine XCOM Enemy Unknown Box. Was ist jetzt los? Ah ja. Jetzt. Jetzt hör mal auf, Mann. Hör mal auf, ey. Das gibt's nicht. Und das sah halt so aus, als ob die Box sich von alleine nur rüttelt. Ja. Ist so Bescheid. So, jetzt bin ich der stärkste von uns allen. Ich bin jetzt wieder stärkste. Bin jetzt wieder aller stärkste. Oh, Kabel. Scheiße. Hey, also da ist definitiv was falsch gelaufen. Ich hab jetzt noch mal geguckt, was in Englisch das... Das heißt überhaupt gar nicht so. Also ich frag mich... Ich frag mich, da muss was komplett falsch gelaufen sein. Also da... Der Text passt überhaupt gar nicht. Als Beschreibung gar nicht. Da geht's. Da muss was kommen. Ich glaub, wir sind alles rausgeflogen. Kann das sein? Nee, das ist noch da. Ich bin schon noch da. Wir sind bloß wieder eins. Was? Nein. Guck jetzt um wieder. Zwei. Guck. Ja, eigentlich. Nein. Wir sind doch nicht eins. Äh, wir sind doch eins. Mal gucken, ob's wieder funktioniert. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch. Ja, geht wieder. Ja, geht wieder. Action. Action. Let's play. Wo, fuck die Hanna. Ja, guck mal hier. 24 Schaden, Alter. Geil. Geil. Der haut sich selber. Ein Blitz im Kopf ist ja bescheuert. Ey, da eine Blitzklinge. Es geht um seine Klinge. Blitzkling. Ja. Ne, aber also ganz ehrlich, also mit dem Helm, das ist total schief gelaufen, ey. Bam. Das passt überhaupt gar nicht. Ich habe nur noch einsatzweise diesen Text gefunden. Wir müssen jetzt echt mal irgendwo gucken, dass wir auch ein bisschen Geld vorankriegen. Guck mal, jetzt gibt's auch so einen Todes... Wow! Tja. Guck mal, hier sind die Grafiken voll im Arsch. Hm. Und tschüss. Tja, mach's gut. Tja, mach's gut. Das fällt jetzt Butter alle. Ne, ne, ne. Wollen wir den wiederbeleben? Ne, ne, ne. Wollen wir den wiederbeleben? Ne, 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 nicht genug Leer. Ne, 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 nicht genug Leer. Leer. Wir haben diesen Transparent-Leer, haben die ja dafür benutzt immer. Es gibt nur einen. Und das ist das Problem. Das geht ab. Ja, ich bin voll schwach. Aber diese Transparenz benutzen halt auch viele, ne. Und schon wird es ein Problem, wenn du dann mehr was hast. Boah, die Erfahrung, ja. 200 noch was Erfahrung ist voll krass. Gib mir jetzt einfach mal eine Schokolade. Ja. Schoki. Ich bin verrechten. Schokolade. Ich bin aber auch schon fast im Arsch. Ne, wir sind echt anders gilt. Ohne Scheiß. Sag's doch. Die Kien ist voll brutal. Da war mal gehauen schon. Du hast uns aber schon ausgerüstet, oder? Ja. Hat er doch. Woher willst du wissen, dass da richtig ist? Woher soll ich es wissen? Seetraue. Action. sie überhaupt nichts wo wir sind ja ich drücke einfach auch was auch knüpfe special marys am arisch geben wir es fast am arisch auch nur fast krasser die kubi als die fresse muss man auf dem mund gucken wenn die dort liegen vork konnte man ja in dem menü gucken wie viel geld man hat ja müssen wir noch ein bisschen geld sparen dann kann sich immer dann nach und nach kann sich da nicht so war und nein würde strengt sich an strengt sich an da kann er zu schwer sein oder eigentlich wenn jemand feuerklinge machen das ist ja bloß ein drache als gehört wenn hier jemand feuerklinge machen können alles gut kann hätten und es ist da oben also wenn dann hättest du das wahrscheinlich oder mit feuerklinge oder habe ich überhaupt was ich habe auch nichts nichts mit feuerklinge ich habe nur zum abwehr und den geschwächen okay so wie special fucking special mist hast du gesehen wie es geht ein ausgang erscheint mal da oben geht es ja weiter krass also warum vielleicht doch richtig sieht nicht so richtig aus irgendwie komisch sieht es trotzdem muss haben keinen plan wo wir sind also irgendwie haben wir die ganz schöne delays ja das ist nicht komisch das liegt bestimmt daran dass gerade ferien überall in deutschland werden sein sollen ja ist nicht mehr in winter ferien keine ahnung nein wird noch ein morgen schon ein dass man die verärts ferien ach so stimmt ja kabel kannst du mal mary heilen ja auch wenn ich schlecht auf jeden fall jetzt lassen wir ganz links gehen vielleicht sind ja das 100 prozent aber ich will trotzdem hoch weil ich will nämlich gucken erstens dass wir geld krieg und level und zweitens will ich gerne mal speichern sohn weißt du nicht mal ja was werden was werden wenn es ganz links gewesen ja stimmt aber du hast recht weil meistens machen wird nicht den nächsten ausgang sondern und ich muss der kampf muss beendet werden ist gar nicht ja du kannst auch zu überwachen ist ja nicht so lange ich bewerbe dich mit ein radieschen und schon mit tausend nur guck jetzt haben wir ein studio stiefel schwärze ich ein glück für also kleeblatt übrigens ein viel brett blitt richtiges kleeblatt ist gar nicht so selten viel seltener sind die sieben blättrigen sagen warum kann ich nicht hoch und runter dringen kannst du das ich muss für dich auswählen das wort da hat man doch schon mal irgendwie war das schon mal ja okay also jetzt sehen wir auch mal die eigene schuhe herz für vitality intelligenz ist ein blitz wo soll da kam ja bei mir flackert das so ein bisschen das ist wenn du die dinge nicht auswählen kannst die flackern also die dinge die bei mir schon auf maxi gespielt sind die flackern das ist auch an und so aber da ist es wahrscheinlich euch nicht aufgefallen aber das sieht man auf jeden fall flackert sehr stark also mehr wie als hätte kleine symbole damals ist damals nicht so ganz so stark aufgefallen die stimmung allerdings ja was was darfst du sein ach so was haben wir denn die und vitalität ist noch mal eine intelligenz integriert nicht scheiße dann stärke geht auch nicht wieder die digitalität und vitalität vitalität durch so ja vitalität verbessert der kampf geht weiter ja also wie gesagt ja die cool findet ruhig mal scheiße bei die anderen meistern da kann das auch mal sagen also ich finde eindeutig besser also weil es ist mir einfach zu zu weiß so platt das ich finde ich ganz cool ja diesmal was nettes neue so ich weiß nicht dann lieber habe ich dort stehen vielleicht müssen wir uns suchen ich meine es ist jetzt nicht unbedingt schlecht aber hätte dieses effekt sag ich mal drüber als netten und blatt weiß aber das geht ja anscheinend blatt weiß also einmal blatt weiß mit doppel ursprüngst das blatt weiß blatt war ist ja gta blatt weiß city mega können grafik fehler ab und einmal oder bis blind so hatte die auch wer was diese grafik fehler ab und an ich habe jetzt keine ahnung naja der so eine zahlen springt dann hier irgendwo ins bild rein also wenn es jetzt noch mal passiert sagt bescheid ja bitte da tun ist so wie als wenn so regen mit zahlen das ist doch der angriff von meiden oder nicht ja genau ist das abholen schmeißt wer ach das soll doch abholen sein ich glaube schon das war mir nicht sicher oder ob das einfach nur grafikfehler mit mitzahlen sind oder sowas dass da zahlen kommen ich glaube das schmeißt doch ab und es ist ja der mathegegner schaust mit zahlen und wenn du die rechnung nicht lösen kannst du kannst du kannst du bist der schweiler wusste dass das drückt gestrickt ach so bei meiner und unbedingt die mut machen wolle du musst auf menü drücken ich finde ich finde den scheiß es ist wirklich heute dass ich dort sehr langsam dafür der guckte moderne voll cool ich bin ein bisschen stärker machen war ich das jetzt überhaupt glaube ich jetzt gerade mehr das ist jetzt ja komisch nur weil es hat man kriege ich denn ein level ab früher als mary ich habe schon gekriegt und wer und ich habe noch vorhin level ab ja ich habe nichts gesagt übel die grafik buchs buchs der grafik buchs das war das special ist am flughafen das macht ihr im flughafen du sollst mary heilen hat sie gesagt ja keine ahnung was er da macht ja ich hatte ja gefragt ich hatte ja gefragt wegen welche veränderungen er jetzt hier noch genau gemacht hatte aber ja alles macht jetzt einfach eine aktion du bist 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 du ja dann wäre ich lieber ich was bist du total fahrer schmerz der welt gehen mal raus hier menschen was geben wir raus hier ist dann tot oder wir sind alle tot was nein mary ist tot was und ich bin tot und ich steuere jetzt kill will gerade bei mir trägst du die ganze zeit den schule ja genau das ganze den schule jungen gedreht sehr solltet nur und du hast es auch noch in die hand also producen righteous muss dann einfach zum speichern gemacht ja drücke jetzt erst mal bei mir lieber ich habe ich verlaufen jetzt sind wir gefangen gerade ich muss ja alle kämpfen ja drückbar stadt ja ich habe ich habe ich habe das ist vielleicht ich habe stadt gedrückt weil du weißt ja nicht wie es bei ihm aussieht ja ich muss ja gerade kämpfen und einzigste der kämpft das bin ich und ein mpc inzwischen mit nacht ja mary drückt über stadt damit okay drückt normal start okay okay ja jetzt 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 ist perfekt so jetzt sind wir hier bei let's fuck together nee wir sind bei letzten du singt together und letztlich ansehen also ich kann nur sagen ich nur mehrere wir haben dasselbe bilden du hast komplett anderes bild korrekt also jahri jahri wir bekämpfen gerade ein paar gegner ne würd ich sagen und der pick der tanzt direkt in den drumherum ja genau der macht nix wie immer der macht jetzt macht er ein paar schläge in die luft jetzt habe ich einen special move gemacht ne jahri das heißt er sieht aus dem speicherpunkt kriegs ich muss ja aus der ganzen höhle raus weil kein speicherpunkt ist und natürlich muss jetzt hier noch die gegner schlachten wirklich ist ich weiß noch nicht mal wie weit das bis zum endboss ist also gehe ich lieber zurück das tun die leiden dann aber nicht noch mal an das spieler wieder schnell bis dahin bewahren und gut ist ja könnt ihr jetzt hier bitte endlich mal wieder sinken dazu müsstest du einfach mal speichern wenn sie die fucking spacklos endlich mal hochkommen würden sagen wir wieder zurück kann ich ein bisschen was erzählen genau und zwar das erbeigen intro was boot intro von eck was von echten namen also hat level eigens und boot intro irgendwie gemacht in folgen und echten namen warum man jetzt gemeint gürtel in riemen geändert ich habe gesagt wird es kein gürtel mehr sondern sie ist jetzt eine riemen so als würde ich jetzt mal luft die magie königreich althena stadt althena königreich der magie also das heißt jetzt magie königreich althena also das kommt der japanischen version endlich mal entgegen weil original heißt das nämlich auch original ja und kleine textänderungen jetzt hat das gut intro von ist gleich kleinere änderungen nix großes anja ok am fond hat irgendwas gemacht im boot intro also irgendwann erfüllt erinnerung im intro habe ich nicht ganz schön kommen habe ich gesagt wir können es ja noch einmal fliegs mal löst hast du gesagt ja fros das tag nicht habe ich gesagt bin es gerade ein spiel speichern und dann haben wir auch eine folge wieder eine gerettete folge ja also leute sehen uns dann nächsten paar wieder wenn wir wieder gesündigt sind macht's gut bis dahin und schausen abgewurscht abgehört wer findet ins hören ist ja vorher habe ich ihn gesehen aber dann habe ich drauf geklickt und irgendwie war ich auf dem anderen scheiß schick mal es ist eine nachricht die sollen raus aus deiner leidung mensch ja ich habe auch das gefühl also heute speichert den scheiß doch erst mal und dann analysiert den später ja mann ich die über die armen leute nicht da von nervig und schweiz wollen wir auch nicht machen kann ich immer nicht bestimmt wegen ukraine oder so weil ihr gerade krieg machen und da ist bestimmt konnte man kann im internet backup ja natürlich genau ich komme ja ursprünglich nicht auf so plane ja 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 ja